Mein Name ist Philipp Unrein und ich habe mein Master in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Münster absolviert. Während meines Studiums habe ich die Dröhe-Gruppe im Rahmen des Fellowship-Programms kennengelernt und bin anschließend als Trainee im Operations-Team gestartet. Die Dröhe-Gruppe als Familienunternehmen bietet mir die Möglichkeit, in einem sehr dynamischen Umfeld direkt mit dem Top-Management zusammenzuarbeiten. Dadurch ist es möglich in einer sehr kurzen Zeit eine steile Lernkurve zu erzielen. Insbesondere der Gedanke der umsetzungsorientierten Beratung, das professionelle und zugleich familiäre Arbeitsumfeld haben dazu geführt, dass ich mich für einen Einstieg bei der Dröhe-Gruppe entschieden habe. Durch das diversifizierte Portfolio der Dröhe-Gruppe sind die Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt. Im Vergleich zu einer reinen Strategieberatung überzeugt mich vor allem die aktive Umsetzung von Wertsteigerungsprojekten. Meine bisherigen Projekte lassen sich größtenteils unter dem Stichwort Prozessoptimierung zusammenfassen. In meinem aktuellen Projekt bei einem der Portfoliounternehmen geht es hauptsächlich um die Optimierung der Kostenstruktur und die Verringerung der Komplexität innerhalb der Organisation. Mein größtes Highlight bei der Dröhe-Gruppe war, dass mir bereits nach kürzester Zeit die Verantwortung für mein eigenes Teilprojekt übertragen wurde. Insbesondere die Möglichkeit, Projektressourcen eigenständig einzuplanen und zu koordinieren, waren dabei aus meiner Sicht sehr wertvoll für meine persönliche Weiterentwicklung. Die Dröhe-Gruppe ist ein Familienunternehmen. Das macht sich sowohl auf den Projekten als auch auf den unterschiedlichen Firmen-Events bemerkbar. Getreu dem Motto von den Guten die Netten überzeugen die Mitarbeiter der Dröhe-Gruppe täglich mit fachlicher Kompetenz und prägen das Leitbild durch Aus eigener Erfahrung kann ich euch das Fellowship-Programm besonders ans Herz legen. Das Programm bietet euch die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum zu erleben, wie wir arbeiten und denken. Wir sind stetig auf der Suche nach guten Bewerbern. Für einen Einstieg bei der Dröhe-Gruppe empfehle ich euch einen Blick auf die Karriereplattform unserer Webseite zu werfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.